Pfingstwochenende. Ja, jetzt sind wir, diese sieben Wochen von Ostern in den Pfingsten hinein, haben wir uns völlig transformiert durch die Portaltage. Heute am 9. Portaltag und morgen am 10. Portaltag. Die Vollendung der Portaltage. Ganzes Video, Clarissa M.Seite, Lichtwegimpulse Atlantis. Denn der Schütze wartet darauf, jetzt seinen Pfeil abzuschießen. Und dieses Pfingstwochenende bringt uns in das höhere Bewusstsein. Ich sagte ja schon, am 19.05. hatten wir den Neumond Stier und die Quersumme 22. Und morgen am 10. Portaltag auch wieder die Quersumme 22. Das höhere Bewusstsein. Und darum geht es jetzt dann. Im Juni, im Monat des Zwillings, befinden wir uns dann in dem Vollmond Schütze am 4.6. Ja. Spiel und Freude oder Freude und Spiel. Und der Schütze möchte eben diese Weiterentwicklung vorantreiben. Er schießt seinen Pfeil zielsicher ab oder bist du noch auf verlorenen Posten und weißt noch nicht zurecht, wo dein Ziel hinzugehen hat? Ja, das ist natürlich die große Quizfrage, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Aber jetzt durch den Neumond Stier haben wir unseren Erdstern aktiviert. Die neue Basis erschaffen. Das ist die Quizfrage schlechthin. Hast du das? Hast du dir eine neue Basis innerlich erschaffen, was auch wieder zu den Eremiten heute passt, in der Vollendung am 9. Portaltag, unser inneres Licht zu aktivieren, also der Erdstern, die Mer-Ka-Ba. Mer-Ka-Ba. Licht, Seele, Geist, All-In, morgen in der Vollendung, in der Masterzahl 22. Und jetzt im Juni geht es darum, eben den Pfeil abzuschießen in eine ganz gezielte Richtung. Und da kamen dann gleich auch nochmal Pluto, ja, diese Karma-Themen aufzulösen. Das haben wir, denke ich mal, jetzt ganz gut in dieser zehnportaltagigen Reihe ermöglichen können. Und der Schütze bringt die Sonne mit sich. Und somit geht es in diese Aktivierung von Licht und Zielsicherheit. Der Juni bringt uns den Zwilling an die Hand und wir dürfen unsere Wahrheit aussprechen. Den Tempel der Wahrheit, also Ausdruckskraft über das Kehlchakra und das ist dir auch dem Zwilling zugeordnet. Reden, vielseitiges Reden und Vielseitigkeit an sich zum Ausdruck zu bringen. Und mit dem Schützen im Gebäck kannst du dies wunderbar umsetzen, jetzt zum Vollmond zielgerichtet dementsprechend deine Wahrheit auszudrücken und auch dieser zu folgen. Also auf Reise gehen, auf Entdeckungsreise in dir und im Außen in die neue Welt hinein, in der wir uns heute am neunten Portaltag am 27.05. befinden. Warum ich das Video heute drehe, ist, es geht jetzt um diese von dem Stier im Neumond, die neue Basis entdecken, jetzt darum eben tatsächlich hinaus zu gehen und seine Sonnenkraft zu aktivieren. Der Schütze hat Feuer ohne Ende und alles, was er sich vornimmt, da kannst du dir sicher sein, das wird er auch umsetzen, weil der Schütze ist zielgerichtet. Der möchte entdecken, der möchte gern auf Reisen gehen, der möchte umsetzen, auch Projekte umsetzen. Und da haben wir von der Tanja Brock nochmal das sechste Haus. Alles, was Arbeit und Routine betrifft, das ist ja auch der Stier gewesen, den wir jetzt verlassen, weil wir jetzt in den Schützen gehen. Und diese Arbeit und Routine, das ist eine schöne Basis. Und jetzt geht es aber darum, die Erfolge eben einzuheimsen, also die Karriere umzusetzen und seine Ziele jetzt auch dementsprechend zu realisieren. Nicht nur zu visieren, sondern zu realisieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt im Schützen. Also, die Basis, hoffentlich hast sie jetzt, um dann standhaft zu stehen, um dann auch zielsicher den Pfeil abzusetzen. Nur wenn du einen guten Stand hast, kannst du auch mit Pfeil und Bogen dementsprechend gut umgehen. Ansonsten wird das nichts. Sonst schießt der Pfeil irgendwo hin und ja, und dann geht wieder die ganze Geschichte von vorne los. Jetzt im Juni in dieser sechs liebevolle Entscheidungen zu treffen und seine Wahrheit mit dem Zwilling gut ausdrücken, gut zum Ausdruck bringen über das Halschakra. Und so wünsche ich euch heute in diesem Pfingstwochenende das Finden des heiligen Grals, das innere Licht, Licht und Liebe und somit die Umsetzung im Juni, dies zu tun. Freude und Spiel, Ausdruck verleihen und seinen Seelenplan zu folgen, in dieser Schützekraft die neue Welt zu entdecken. Finde ich total schön. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Unterstützung leisten von der guten Basis des Stiers jetzt in die Umsetzung zu gehen und sie hält auch die Sonne noch mal die Lichtkraft, die auch dem Schützen im Feuerzeichen zugeordnet ist in der Hand und hebt sie nach oben. Das heißt, der heutige Eremit mit seinem inneren Licht geht jetzt hinaus in diese Sonnenkraft und er strahlt in dieser neuen Welt, die er sich jetzt erschaffen hat. Die Basis dazu hat er erschaffen und jetzt bringt er dem Ganzen noch mal Ausdruck und schießt seinen Pfeil ab und entdeckt eine völlig neue Welt, nicht nur in sich, sondern auch im Außen und sei dir deinem Schöpferreichtum ganz bewusst klär.